Der Supermonster in der 3 Viertel Zoll Variante mit langer Spindel ist ein echtes Kraftpaket. 3.405 Newtonmeter bei gerade mal 7,8 Kilogramm. Die Umschaltung erfolgt komfortabel per Einhandbedienung über den großen Umschalter. Im unteren Bereich des Schlagschraubers befindet sich ein Drehknopf zur Reduzierung der Leistung im Anzugsmoment in 4 Stufen. Zudem wird sehr komfortabel die Abluft hier abgeführt. Geliefert wird das Gerät bereits mit Druckluftanschlussnippel. Es kann aber auch direkt mit der Druckluftleitung verbunden werden. Das eingebaute Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk sowie der spezielle Luftmotor sorgen für eine lange Lebensdauer. Rule Rule Lim 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 Vielen Dank.